Die EU-Länder haben sich auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Nach mehreren Anläufen hat ein abgeschwächter Entwurf die notwendige Mehrheit bekommen. Was das für Unternehmen in Österreich bedeutet, dazu ist jetzt Jakob Zierm zu Gast im Studio der Presse. Jakob, die EU-Lieferketten-Richtlinie, wie es ganz richtig heißt, soll Unternehmen dazu verpflichten, ihre Lieferanten zu kontrollieren, nämlich im Hinblick auf Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen. Das ist ja grundsätzlich eine nicht unredliche Absicht. Doch es war jetzt so, bei der Abstimmung über die neuen Regeln haben sich zehn Länder enthalten. Wie viel ist die neue Einigung und neue Regelung wert, wenn ein nicht unwesentlicher Teil sie gar nicht mitträgt? Man sieht, dass sie durchaus umstritten ist, aber nichtsdestotrotz, die Jure wird jetzt umgesetzt. Es gibt jetzt mal die Zustimmung im Rat und das ist auch im Parlament ausständig. Aber es kann davon ausgegangen werden, dass das Parlament hier definitiv Zustimmung geben wird. Was man dazu sagen muss, ist ja nur eine Richtlinie. Das heißt, es kommt auch noch die nationale Gesetzgebung und Österreich war ja eines der Länder, das sich enthalten hat. Und wir wissen ja, dass da hier auch bei der nationalen Gesetzgebung durchaus Spielräume sind und Österreich hat sich in der Vergangenheit hier oft durch sogenanntes Goldplating hervorgetan, also ein Überfüllung oder noch strengermachen der Gesetze. Hier ist zumindest anzunehmen, dass das diesmal nicht passieren wird. Warum ist die Skepsis gegenüber dieser Richtlinie so groß und warum konkret hat sich Österreich denn enthalten? Das Problem ist, dass sozusagen, so argumentiert auch der Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher, der zuständig war, dass die Entwicklung und Entwicklungs- und Außenpolitik auf die Unternehmen abgewälzt wird. Das ist jetzt so, wir haben natürlich Probleme. Es gibt zum Beispiel Kinderarbeit in asiatischen Ländern und man könnte sagen, dass es in einem gewissen asiatischen Land keine Kinderarbeit gibt, ist eigentlich die Aufgabe der nationalen Regierung dort vor Ort und vielleicht mit nationalen Gewerkschaften. Jetzt wissen wir natürlich, dass es leider Länder gibt, wo das einfach nicht funktioniert, wo die Governance der lokalen Regierung einfach nicht funktioniert. Und da war natürlich dann der Gedanke, dass man hier sozusagen Druck über die Unternehmen macht, über die sogenannten Kunden macht. Das haben wir alles gesehen bei den großen internationalen Textilhandelsketten in den 90er Jahren, in den Nullerjahren, hat man da auch durchaus Fortschritte bringen können. Und dann ist irgendwann der Gedanke gekommen, naja, verpflichten wir halt auch alle Unternehmen jetzt, dass sie das machen. Und da hier ist jetzt die große Gefahr, dass das Kind mit dem Bade einfach ausgeschüttet wird, dass man hier sozusagen ein Bürokratiemonster erschafft, dass da hier die Unternehmen jetzt ja eine Verantwortung übernehmen müssen für etwas, was sie eigentlich nicht machen können, weil sie auch nicht von Europa aus, da geht es jetzt nicht nur um riesige globale Konzerne, sondern auch um kleine oder mittelgroße Unternehmen in Österreich, die hier auch sozusagen die Verantwortung übernehmen müssen, dass es dort halt die Arbeitsbedingungen passen. Die Kritik deswegen ist recht heftig, unter anderem von der Industriellenvereinigung, deren Präsident Georg Knil sagt, die Entscheidung zur Lieferkettenrichtlinie ist unverantwortlich. Konkret befürchtet man bei der Industriellenvereinigung mehr Bürokratie, mehr Sorgfaltspflichten und unterm Strich mehr Kosten. Sind all diese Einwände gerechtfertigt? Ich meine, das was jetzt am vergangenen Freitag beschlossen wurde, ist eine doch schon eine etwas reduzierte Lieferkettenrichtlinie, deswegen ist noch dieser Kompromiss zustande gekommen. Man hat hier zum Beispiel bei der Haftung deutlich rausgenommen, früher hätte es eine komplette Haftung gegeben für die gesamte Lieferkette, hier ist sehr viel zurückgenommen worden, auch sogenannte indirekte Geschäftspartner, also beispielsweise das Facility Management von einer Zulieferer, der eine Fabrik in Asien hat, da bin ich jetzt nicht mehr zuständig, aber da ist schon ein bisschen reduziert und dadurch ist jetzt auch wieder Kritik von der anderen Seite gekommen, von der NGO-Seite, dass das jetzt ein zahnloses Gesetz wäre. Ein bisschen ist jetzt auch die Gefahr, dass wir jetzt das Schlechteste aus beiden Welten haben, dass wir quasi viel Bürokratie haben, aber trotzdem keine nennenswerten Effekte, aber für die österreichischen Unternehmen ist es definitiv richtig, was die e.V. sagt, es wird sicherlich mehr Bürokratie bringen, es wird mehr Kosten bringen und es wird mehr Aufwand bringen, das ist schon, da ist immer die Frage, steht das jetzt einher mit dem, was man erreicht mit der ganzen Sache. Hier ist, glaube ich, Skepsis durchaus angebracht. Schauen wir uns jetzt im Detail den Entwurf an, noch ist er ja nicht beschlossen. Die Richtlinie soll geltend für Unternehmen mit 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit einem Jahresumsatz von mehr als 450 Millionen Euro. Diese beiden Werte sind angehoben worden, sondern hätte es den Kompromiss wahrscheinlich nicht gegeben. Was bedeutet das jetzt für Österreich? Sind da viele Unternehmen betroffen? Also mit einer ersten Schätzung sozusagen, die wir von der Wirtschaftskammer heute uns organisiert haben, werden es circa 100 Unternehmen sein. Die genaue Zahl wird das aus. Die werden direkt betroffen sein. Allerdings ist ja natürlich, weil es eine Lieferkette ist, kann man natürlich auch indirekt betroffen sein. Das heißt, wenn jetzt ein österreichisches Unternehmen, das kleine ist, weniger Mitarbeiter oder weniger Umsatz hat und für ein größeres deutsches Unternehmen oder französisches Unternehmen zuliefert und das erfüllt diese Grenzen, dann ist man wieder Teil der Lieferkette und muss dann auch sehr wohl seinen Vorlieferanten auch wieder danach trachten, dass die das auch machen. Also indirekt dürften deutlich mehr Unternehmen betroffen sein. So genau kann man das noch gar nicht sagen. Gabriel Felbermeyer, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts des WIFO, hat auch reagiert und hat geschrieben, das ist verkehrt. Und er meint damit, dass das Gesetz bei den Lieferanten und nicht bei den Lieferbeziehungen ansetzen sollte. Hat er damit recht? Kann man die ganzen Lieferketten lückenlos überhaupt kontrollieren? Also eine lückenlose Kontrolle ist sowieso illusorisch, aber worum es hier Felbermeyer geht, ist eigentlich etwas anderes. Es geht von um die Menge. Und da ist das WIFO zusammen mit dem erst im vorher gegründeten Lieferkettenforschungsinstitut ASCII eine Studie gemacht und laut der gibt es zum Beispiel in Europa, nur ein paar Zahlen nochmal, 30 Millionen Unternehmen. Diese 30 Millionen Unternehmen haben Beziehungen, 900 Millionen einzelne Lieferbeziehungen mit außereuropäischen Lieferanten. Das heißt, jedes Unternehmen, und Sie haben auch sich angeschaut, wann man dann sozusagen an problematische Unternehmen kommt, und da sind Sie rausgekommen mit so einer Simulationsrechnung, dass nach drei bis vier Schritten jedes europäische Unternehmen eigentlich direkt oder indirekt mit einem problematischen Unternehmen Kontakt in der Lieferbeziehung hat. Und da es die Kernaussage dieser Studie war, das würde bedeuten, dass die europäische Wirtschaft eigentlich für den Großteil der globalen Wirtschaft die Verantwortung übernehmen muss. Und das ist einfach eine totale Überforderung der europäischen Wirtschaft. Und deswegen haben Sie einen Ersatzvorschlag gemacht, dass Sie gesagt haben, es ist jetzt ungeschickt, wenn wir sagen, alle Unternehmen müssen ihre einzelne Lieferkette und wir müssen jede einzelne Lieferbeziehung überprüfen, sondern man soll sich nur auf diese Knotenpunkte, weil das ja oft die gleichen sind. Also es gibt halt zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen, wo Verdacht ist, dass in einem Vorlieferanten uigurische Zwangsarbeiter beschäftigt sind. In der Autoindustrie ist ein bekannterer Fall. Und der liefert sogar dann alle europäischen Autohersteller. Und da kann man sagen, okay, man nimmt einfach nur diesen ersten Knotenpunkt, dann kommt man auf 750.000. Punkt ist immer noch eine hohe Zahl, aber deutlich weniger als die 900 Millionen. Und hier könnte man dann sozusagen mit sogenannten Negativ- und Positivlisten arbeiten. Das heißt, dass diese Lieferanten, diese Knotenpunkte sich zertifizieren lassen müssen von internationalen Zertifizierungsagenturen. Und wenn die dann quasi eine Positiv- Zertifizierung haben, dann kann auch der europäische Kunde problemlos sagen, ja, das ist ein sauberes Unternehmen, mit dem kann ich zusammenarbeiten. Und das wäre sozusagen der Vorschlag, wie man dieses Problem lösen könnte, wo man einerseits schon einen Effekt hat, dass der Druck da ist, dass im Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen nicht mehr stattfinden, aber man den Druck wegnimmt vom europäischen und eben das alles selber machen zu müssen, sondern dass sich auf eine Zertifizierung verlassen kann. Es würden natürlich Kosten weiterhin entstehen, aber die Bürokratie werden deutlich reduziert. Das wäre der Vorschlag von BIFO und ASCE, wie man das lösen könnte. Man kann nur hoffen, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch aufgegriffen und umgesetzt wird. Noch ist es ja im Entwurfsstadium und noch nicht beschlossen. Vielleicht wird der Vorschlag ja noch aufgenommen. Jakob, vielen Dank für deine Einschätzungen. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen.